Ja, ja. Aber die Bella will nicht oder krummelt die immer so. Ja, ja. Ja, ja. Senta interessiert sich gar nicht. Die muss auf die andere aufpassen. Ruf die Pfanne! Ruf die Pfanne! Der ist doch bei mir. Ruf die Pfanne! Vorsicht langsam! Hast du deine Haare verletzt? Ja, ja. Ruf! Ruf!